Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gartenfreunde aufgepasst, denn heute geht es um unsere Top 3 Terrassenreiniger. Wir stellen euch drei Modelle unterschiedlicher Preisklassen mit ihren Eigenschaften vor. Weitere Details zu den Produkten findet ihr dann wie gewohnt in der Videobeschreibung. Schaut dort gerne einfach mal rein. Starten wir nun aber mit dem Video und dem ersten Modell. Das Modell der ersten Preisklasse ist der Gloria Multi Brush. Hierbei handelt es sich um ein echtes Multitalent. Die Reinigungsbürste mit 500 Watt entfernt schnell und effizient Unkraut, Moos und Verschmutzung auf Gehwegen, Terrassen, Pflastersteinen und Hofauffahrten. Sie eignet sich zur Reinigung von Stein- und Holzoberflächen sowie zur Fugenreinigung, zum Kantenschneiden und zur Rasenpflege. Ein besonderes Highlight des Produkts ist die werkzeuglose Wechselfunktion der Aufsätze. Mühelos und bequem lassen sich bis zu 10 verschiedene Aufsätze montieren. Gloria Tools verspricht Flexibilität in jeder Anwendung. Die stufenlose Drehzahlregulierung im Griffbereich mit 450 bis 1600 Umdrehungen pro Minute lässt sich mit einer Hand bedienen und jederzeit auf den Untergrund anpassen. So lassen sich Öle schönend einfliegen und hartnäckige Verschmutzung kraftvoll entfernen. Auch für das ergonomische Arbeiten ist gesorgt. Das höhenverstellbare Aluminiumrohr und ein zusätzlich verstellbarer Zweithandgriff sorgen für rückenschonendes Arbeiten in aufrechter Körperhaltung. Im Lieferumfang enthalten ist eine Elektrobürste Multi-Brush Speed Control, einmal Nylonbürstenwalze, Soft für Steinoberflächen und einmal Messingbeschichtete Stahldrahtdrüse zur Fugenreinigung. Weitere Details zu dem Produkt findet ihr dann im ersten Link der Videobeschreibung. Das Modell der zweiten Preisklasse ist der Grizzly Tools ABR 2040. Die Akku 3-in-1 Universal Reinigungsbürste ABR 240 reinigt Gehwege, Terrassen und Pflastersteine, grobe Steinoberflächen und alle empfindlichen Oberflächen. Zum Säubern von Fugen und Flächen können je nach Anforderung vier unterschiedliche Bürsten eingesetzt werden. Bei dem Produkt handelt es sich um ein umfangreiches Set. Im Lieferumfang enthalten ist eine 19 cm breite Nylonbürste für Stein- und Betonoberflächen, eine 19 cm breite Bürste für Holz- und WPC-Terrassendielen, eine schmale Metallbürste für Fugen auf harten Oberflächen. Die schmale Fugenbürste vom Fugenreiniger entfernt schnell und effiziell Unkraut, Moos, Flechten und kleine Pflanzen in den Fugen. Die breiten Bürsten entfernen das Unkraut auf Gehwegen und Terrassen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Hilfsmittel wie zum Beispiel Wasser, Grün, Belagsentferner und so weiter dazugenommen werden. In diesem Gerät ist ein starker, bürstenloser Motor enthalten. Zudem verfügt es über einen höhenverstellbaren Aluminium-Teleskopstil zur individuellen Anpassung auf eure Körpergröße. Auch ein verstellbarer zweiter Handgriff inklusive Depot für die Fugenbürste ist enthalten. Brazly Tools liefert außerdem einen verstellbaren Spritzschutz, eine einfache Bürstenwechsel, eine elektronische Drehzahlregelung, eine Führungsrolle, umsteckbar und einen ergonomischen Softgriff. Alle weiteren Informationen findet ihr im zweiten Link der Videobeschreibung. Das Modell der dritten Preisklasse ist der Kärcher PCL4. Mit dem elektrisch betriebenen PCL4 lassen sich Holzflächen im Außenbereich einfach gründlich von hartnäckigen Verschmutzungen befreien. Der Terrassenreiniger muss dafür lediglich an den Gartenschloss angeschlossen werden. Durch die manuelle Wasserregulierung verbraucht ihr nur so viel Wasser, wie die Reinigungsaufgabe erfordert. Für die Reinigung von glatten und geschlossenen Steinoberflächen wird das optional erhältliche Steinwaldset empfohlen. Dieses zweiteilige Steinwaldset sorgt eine gründliche und gleichmäßige Reinigung von Steinflächen mit glatter und geschlossener Oberflächenstruktur. Der Kärcher PCL4 ermöglicht eine effiziente und gleichmäßige Reinigung durch rückwärts rotierende Bürstenwalzen bis zu den Rand. Der Terrassenreiniger ist ergonomisch gestaltet und damit für eine gesunde Arbeitshaltung für jede Größe angepasst. Ein weiteres spannendes Feature ist der Bürstenwechsel ohne Werkzeug, welcher mit diesem Gerät einfach möglich ist. Im Lieferumfang enthalten ist der Terrassenreiniger, zwei Bürstenwalzen für Holzflächen, zwei Wasserdüsen, ein Ventil zur Regulierung der Wassermenge, eine Abstellkante, eine Aufhängeöse, ein Stromkabel sowie der ergonomische Griff und Stiel. Wenn euch dieses Produkt zusagt, schaut einfach mal in den dritten Link der Videobeschreibung für weitere Details. Das war dann auch unser Vorstellungsvideo zum Thema Terrassenreiniger. Wir freuen uns über eure Fragen und Anmerkungen in den Kommentaren des Videos. Falls wir euch weiterhelfen konnten und euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.